Hallo! Auf geht's weiter! Papier ist besser als der Vorderrad ist trotzdem besser. Dann werden wir schon auf die Klappe spielen. Ja, ich kann mich nicht umgewöhnen. Wie willst du mich lernen? Papier! Mach halt! Nein, Laura! Ich fall da rein! Und da fall ich auch rein! Egal, ich fall jetzt! Nein! Ich spring ab! Ich spring jetzt ehrlich ab! Ich will vorne hin! Oh, bitte! Nein, das ist nicht alles! Nein! 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 Ich bin gerade drinnen! Nur die Rückbremse geht! Was soll ich auf der Freizeit setzen? Jetzt überlegen wir auch! Nehmt die Bremse! Links! Okay, machen wir! Danke!